ja metal leute ich war gerade auf dem friedhof habe meine oma ausgebuddelt weil die hatte so ein tolles meine küren set ich muss hier den finger draufhalten weil da ist ein zeichen drauf ja so jetzt mache ich das hier mal auf wunderbar also wir kennen das hier schere pinzette kleine feile große feile aber diese dinger hier finde ich geil und zwar sind gut um den dreck von den fingernägel weg zu machen aber man kann es auch benutzen um den eichelkäse wegzuschaben also richtig tolle erfindung von damals gefällt mir ja metal off